Viel Spaß mit den Videos von Stoni. Viel Spaß mit den Videos von Stoni. Viel Spaß mit Stoni. I want more. Now I'm used. Viel Spaß mit Stoni's Videos. Viel Spaß mit den Videos von Stoni. Viel Spaß mit den Tischtennis-Videos von Stoni. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos von Stoni. Ich wünsche Antoine Manz viel Spaß mit den Videos von Stoni. Stoni. Störzenkörner. Lengenov. Ich habe es nur vorher gesagt. Ich habe es nur vorher gesagt. 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 17 17 17 17 18 19 19 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 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 26 25 25 25 Ich habe die Kamera hier und vergesse, dass ich den Scheiben vorgehebe. Das ist clever, oder? Ich könnte es dafür meine ausmachen. Willst du noch einen Tanz nehmen für die Ausnahme? Ich bitte dich. Nicht? Der spricht nie von Geld. Ich bitte den Kasten aus. Zwei Storch. Zwei Storch. Zwei Storch. Zwei Storch. Zwei Storch. Tanja Meier-Zölfinger und Anja Bogut, die beiden Kräuter füttern und halten sich hier warm im gemeinsamen Training. Beide ja leider im Einzelnen schon ausgeschieden. Beide an den Ort aus der Schülerklasse. Im Einzelnen der zweiten Runde etwas unglücklich und auch sehr knapp ausgeschieden gegen den Zweitligaspieler Alexander Nürst. Er schlägt hier auf auf Martin Pachatz. Wer in der Umzug erstrunde das Pech hatte, gleich gegen Alexander Fleming antreten zu müssen. Wenn er sich da gut geschlagen hat, aber letztendlich doch ohne Chance blieb. Manfred Degen beim Warmspielen mit Tanja Zölfinger-Meyer. Gott vom Warmspielen mit Tanja in den Kräuter. Das ist ein philanthropisches Schlüssel. Es dauert, gerne was. Er ist ein Piefer hier im Moment auf. Er ist nah, dass es geht. Peter Angerer mit Hörbnerin im Nächst gegen Stefan Plattner. Und Christina Feierabend. Schiedsrichter am Tisch. Rot. Außerfältig. Katharina Schneider aus Langeitz. Mit Michel Plattner. Gegen Martino Erzberger. Und Diener. Gegen Martino Erzberger. Gegen Martino Erzberger. Gegen Martino Erzberger. Gegen Martino Erzberger. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.